mit einem denkbar knappen Abschnitt hat gewonnen. Annalena! Lieber Gott, ist das für mich vielleicht ein Test? Ich denk so oft, dass du mich verlässt. Bist du bei mir oder bin ich schon verloren? Wohin führt der Weg? Wo finde ich Rast? Einen Ort, an dem mein Leben wirklich zählt. Bitte sag mir den Grund. Bitte sag mir, warum ich mich manchmal so allein fühle. Öffne mir die Augen. Bade mich im Licht. Ich würde so gerne an dich glauben. Sag, hörst du mich nicht? Öffne mir die Augen. Bade mich im Licht. Ich würde so gerne an etwas glauben. Sag, hörst du mich nicht? Lieber Gott, doch auch hier regiert der Hass. Ist auf dich denn noch Verlass? Wenn selbst im sichersten Land mein Zuhause entflammt steht. Was ist der Sinn hinter einem Neubeginn? Wenn auch hier die Angst mein Leben bestimmt. Bitte sag mir den Grund. Bitte sag mir, warum ich mich wieder so allein fühle. Ich würde so gerne an dich glauben. Ich würde so gerne an dich glauben. Ich würde so gerne an dich glauben. Wenn auch hier die Angst haben. Ich würde so gerne an dich glauben. 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 Vielen Dank.